Hallo, hier ist Britta Herprig und Margarit Eichenberger, die Inhaberin des Friseursalons Ahrens im Preiskurscenter Freiburg-Saint-Georgen. Wer hat Lust, anderen gründlich den Kopf zu waschen? Sie bringen mit Kamm und Schere die besten Seiten anderer Konten zur Geltung? Dann sind sie bei uns genau richtig, wichtig als Haarwerker oder Haarwerkerin. Wer möchte, die Haarwerker zu machen? Professionell, stellen Sie die Haarwerker zu machen. Wenn Sie mit jahrigen Herausforderungen umgehen, Sie verfügen Organisationstalent und bewahren einen kühlen Kopf, Sie sind kollegial, offen, ehrlich und ein fröhlicher Mensch, dann passen Sie in unser internationales Team. Wenn Sie mit ihr können, die Haarwerker zu machen, Sie können sich organisieren und Sie können sich sein Maître von Ihnen bleiben. Wenn Sie mit ihr arbeiten, wenn Sie ehrlich sind und cordial sind, dann können Sie mit unserer internationalen Team arbeiten. Bei uns erwarten Sie eine unbefristete Festanstellung und Leistungsgerechte Vergütung und flexible Arbeitszeiten. Das Umfeld ist freundlich, modern, der Umgang locker und herzlich. Langeweile gibt es bei uns nie. Ausreichend Park und Einkaufsmöglichkeiten finden Sie bei uns in unmittelbarer Nähe. Die Entfernung von Breisach oder Fessenheim ist gerade mal 25 km entfernt. Bei Intermesse, melden Sie sich. Wir würden uns darauf freuen, Sie bald kennenzulernen im Breisach-Center in Freiburg-Saint-Georg. Die Inhaberin Margarete Eichenberger und Britta Herfrig. Die Inhaberin Margarete Eichenberger und Erkhoff. Die Inhaberin Margarete Eichenberger und ErklarATT Sie haben eine gute Zeit, eine gute Zeit, die Inhaberin Margarete Eichenm Die Saiyan-LUND-LUND-LUND-LUND-LUND-LUND-LUND-LUND-LUND-LUND-LUND-LUND-LUND-LUND-LUND-LUND-LUND-LUND-LUND-LUND,